Da guckst du, ne? Ja, Bräuchchen hat mal ein bisschen zugemacht. Der Pimpf braucht mal eine Auszeit, weißt du? Beziehungsweise der Pix braucht eine Auszeit vom Pimpf. So ist nämlich eigentlich Ehre. Hier. Hier, Kathi Lee. Wenn du Hunger hast, weißt du ja, ne? Da oben steht auch Essen. Das schaffst du inzwischen alles. Genau. Na, Mieps Pieps Pimpf. Nee, Mieps Pieps Pimpf. Bräuchchen hat wieder eine Leierzunge. Prima, Kathi, machst du ganz toll. Guck nicht so vorwurfsvoll. Du pflanzt jetzt schon so viele tolle Stellen hier. Du musst nicht immer in die Hütte gehen. Oh nein. So, und du, Pixi? Du nutzt mal jetzt. Wo bist du? Darf ich sie? Nutzt mal jetzt, dass die Pimpf drin ist. Jetzt kannst du nämlich in Ruhe baden gehen, wenn du möchtest. So, Pixi, komm her. Du bist nicht Pixi. Nee. Na los, Pixi, ich geh planschen. Hast du doch schon fünf Anläufe unternommen. Komm. Da noch mal auf mein Knie. Nee, Pimpf kommt nicht. Kannst in Ruhe baden gehen. Mit überlegst du? Mit überlegst du? Ja, siehst du. Prima, mein Schatz. Viel Spaß. Ja, ist alles gut. Kannst weiter baden. Na los. Feuer frei. Gut. Ja, dann mach du mal jetzt alleine weiter. Ich muss noch ein bisschen was am Schreibtisch machen, ne? Nee. Kannst natürlich auch mit hochkommen. So, komm her. Genießt die Pimpf freie Zeit. Mhm. Mhm. Und...